verletzt das hast du gekriegt ich glaube auch weil ihr zusammensitzt und dann push the talk nicht aktiviert unglaublich die beiden ist das jetzt franz beckenbauer klar ist das das becken von franz wer ist das das ja ja Aha. Hä? Ähm. Ach. Fuck, wie schreibt man das denn? Ist das richtig? Natürlich. Leichtathletik ist eigentlich ein Wort. Das sind ja zwei Wörter. Das ist nicht Leichtathletik. Naja, auf dem Strich weiß ich nicht. Natürlich Leichtathletik. Außerdem ist das... Das ist ein L. Äh, der dritte Buchstabe. Ach so, ja. Das ist nicht Leichtathletik. Ne. Äh, Bodenturn. Schwerathletik. Was ist das? Ne, Salto war doch richtig. Mein erster Anlauf war doch Salto. Ach, Salto schlagen. Fuck. Nein. Damn. Ich hab extra ne Faust hier. Wer schlägt denn an... Ach du Scheiße. Was schlägt denn Salto? Salto springen hatte ich schon ziemlich früh und dann... Fuck. Achtung, passt auf. Jetzt geht's los. Aber gern. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Pass auf. Ja, so. So. Warte, geht ihr hier weiter? Hier, so, 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 so. So, 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 so. Okay. Hier, hier. So. Okay, und jetzt? Jetzt geht's los. Hahahaha. Hahahaha. Ich... Ich... Ich bin doch gar nicht fertig. Nicht mal ansatzweise. So. Was? Äh, nein. Achtung, ich mal jetzt extra Scheiße dafür schnell. Äh, ich mach's auch mal. Komm raus. Fuß? Ja. Oh mein Gott. Nein, ah. So close. So close. Hahahaha. Also. Aber wie... Wie hast du das denn erraten? Ich... 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 Ich dachte, ein Kiefer kann nicht sein. Das ist ein Droh. Okay. Immer. Ich mein, ja, das sollte es auch sein, aber... Äh? Hahahaha. 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 Oh mein Gott. Hahahaha. 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 ich fand den oscar gut spencer war der typos hallo spencer ich kenne glaube ich niemanden das ist doch ganz klar das problem ist ich glaube er hat es nie gesehen entschuldigung ich habe schon wieder auf den tisch geklopft und dann würde ich jetzt sagen dass er hatte echt nicht nee es ist nicht so anime und manga affin welche serie und ist die dragon ball soll der dragon ball radar sein das ist nicht gut kann jemand bitte unter dem video schreiben ob jemand von euch da draußen tatsächlich noch nie den ball gesehen hat außer lüge ich habe von dragon ball ich weiß nicht ob set ist oder nicht set in den 90ern mal zwei minuten von irgendeiner folge gesehen für mich beschlossen zeichen stil in jeder folge mindestens für 50 minuten das radar ich wollte gerade sagen da hast du wahrscheinlich genau die einzigen zwei minuten in der gesamten serie erwischt wo sie den radar nicht ausgepackt haben das wort ist mir zu lang wow aber nein oh mein gott oder habe ich es falsch geschrieben sag ich das jetzt wir drei haben das fisch heute schon mal gesehen ich habe das hintere wort aber das vordere nicht wir haben das fisch heute schon mal gesehen als gegner doch doch feuer feuer habe ich nicht gehabt so lamander habe ich die ganze zeit im kopf gehabt so eine scheiße oh gott okay leute jetzt geht es los nein es geht nicht los ich weiß auch noch nicht pass auf das hier so äh 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 ja ich weiß auch noch nicht strichmännchen mit dem bein anfangen das sieht man auch selten moment wir machen es anders wir machen noch mal der strichmännchen so richtig yeah okay und ach das ist ein scheiß wort nein das ist eigentlich kein scheiß wort oh gott moment können wir uns mal entscheiden ich mal den noch mal hier was macht der denn da ähm ist ein kick er sieht scheiße aus oder ist ein kick ist ein kick äh der macht noch ja dann brauchst du auch nicht malen ach so entschuldigung stimmt da mal ich jetzt dann war das jetzt kein kick das war so ähm weiß ich noch nicht stimmt das war dumm von mir äh ähm wie macht man das mach pfeile wie pfeile wie pfeile was für pfeile ach so die art pfeile ähm durch sprungtritt und so hab ich die ganze Zeit im kopf gehabt ey toll warte auf ja durch c am anfang der jetzt bitte ist ja es ist eine bestimmte person sag das doch bitte nicht ja hier kommt ja doch nicht drauf schmock schreibe alles kannst du auch das wort da hinschreiben stimmt mach ich beim nächsten mal unbedingt wenn du so möchtest aber so funktioniert das spiel doch nicht ist das denn nicht auch eine art malen wenn man die wörter dahin kript wenn ich das male schon das ist äh schau mal ein auto mit acht buchstahl äh mit acht linien ja hä wieso mal das noch ich tue doch gar nicht mehr oh gott was was ist das das war ja liebe jetzt einfach nur das das sah schon gut aus ich hab ich hab schon eine ahnung wie es zeichnet ich weiß noch nicht ob es funktioniert ja hab ich auch gedacht ich mal lieber wieder das klavier oh gott es tut mir leid ja es ist es ist es ist es ist es tut mir leid vielleicht mehr vielleicht ein helleres grau nehmen ich weiß es nicht ich weiß nicht ob es an der farbe liegt ja wir versuchen es einfach mal ja waren doch grau oder ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher wer denn eine mutter die hat keinen eigenen cartoon wir können ja mal einen malen schade aber ne ich bin mir noch nicht sicher ob er selbst weiß was er da mal ist oder verlaufen wenn ich glaube ich eher braun gewählt da habe ich glaube ich eher braun gewählt waren die nicht grau in den cartons sind die mal grau eigentlich ja die gibt es in grau und braun und überhaupt ja aber braun dann hättest du weiß nicht Pferdebrücke oder so gesagt Ja, das wäre vollkommen daneben gewesen. Das meine ich doch auch. Oh Gott, ich kann nicht mehr schreiben. Ernsthaft, was ist denn das hier jetzt? Schreibt man da so? Nee, ich glaube, das schreibt man so, glaube ich. Ach, das bin ich nach dem Samstagabend. Hä? Ich finde die Zeichnung nicht schlecht, aber... Bitte? Du findest die Zeichnung nicht schlecht. Okay, Leute, here we go. Das wird schön jetzt. Kieselchen in einem Avatar sieht so ein bisschen aus wie das Krümelmonster. Das fällt mir jetzt erst auf. Was ist das für Pebble? Oh Gott, Eleganz in Reinstform. Was ist das? Sag ich doch, Eleganz in Reinstform. Jetzt habe ich mich vermalt, als du gesagt hast. Töte es. Okay, und jetzt kommt der Clou. So. 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 Ich sehe nichts mehr. Das ist das entscheidende Mal der 2 Sekunden vor Schluss, ey. Oh Mann. Das steht ja schon. Was? Oh Gott, meine Ohren. So lass ich das. Schildgerissen-Suppe. Es wird's getan. Rückgängig. Retour. Naja, das auf jeden Fall. Ja, das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Ich hab das gesehen. Das zählt nicht. Gieselchen hat's gehabt, Mann. Ich öffte nur mal. Dann brennen die auf. Ja, easy. Ja, sorry. Oh mein Bauch hier. Oh mein Bauch hier. Oh mein Bauch hier. So, der abschätzte. Ich glaub ich aber nicht tot. Was? Ich hätte sie erst sparten. Oh Scheiße. Hm. Das hätte man nicht reingefascht. Oh Gott. Da guckst du auch erst mit nicht drauf und ziehst das noch nicht durch, Mann. Oh. Doch. Sparex steigert schon wieder das Niveau hier. Ja. Was macht der? Sex, Q, TV, X. Okay. Ja, ich hab bei drei Buchstaben dachte ich mir... Oh mein Gott. Was? Was willst du mit Eis? Was? 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 Sag jetzt erstmal ICE. Um Gottes Willen, ey. Oh. Ein bisschen verwöhnt, ne? Immer schon mit ICE. Denk willst du umstehen nochmal den Zug durchgegeben. Ich hätte ja Regionalbahn ausgeschrieben. Oder per Anhalter. Spucke. Ich hab so viel, das ich gemacht. Singen! Ich bin Bodenschutz. Ich dachte, ich hab da oben draus. Entschuldigung. Hallo, hallo. Was? Warum? Kann ich wieder tippen? Ja, kann ich. Was? Was? Ja. Hast du dir da erstmal Zeit nehmen? Dann kannst du ausrasten. Ha! Nee, komm ich mal auf. Oh nein. Ja, egal. Oh, Katzen. Wir haben Katzen hier. Hallo. Hier, hier, hier. Hier, hier. Ihr macht das schon. Nee, wa? Ihr macht das schon. Nee, offensichtlich nicht. Doch, doch. Aber jetzt sicher ist das I. Das bringt mich auch nicht weiter. Wir sollten in Zukunft fünf Runden spielen. Hätte ich gewonnen. Du bist der Sieger der Herzen. Vielen Dank. Gerne. Es war gelockert. Meine Zuschauer wissen das. Ja, deine Zuschauer wissen das. Ach, Mann. Meine Tastatur verschluckt einfach alle Buchstaben. Äh. Äh. Was? Was? Atomkraftneiner. Was ist das? Was ist das? Es sieht so glücklich aus. Das ist ein Auto. Ich kann nicht lachen. Es ist ein Flugzeug. Jetzt komm ich gar nicht mehr mit. Nee. Enteiern. Nein? Okay. Nein? Doch. Was zum Hacker? ASDF. Internet. Oh Gott. I'm doing the book. I'm doing the internet. Yeah. Alles klar. Ja. Ich dachte, ich schreibe Assis, weil wir es nicht erraten. Soll ich noch mal ein Pferd malen? Ja. Okay, ich lass es. Ich nehme was anderes. Ich mal was anderes. Wie meint man das? Nee, Quatsch. Das ist eigentlich Quatsch. Ist das Quatsch? Eigentlich ist das Quatsch. Es tut mir voll leid. Was? Was? Okay. Passt auf. Das ist falsch. Aber es ist nah dran. Ehrlich? Was? Was? Dreck. Ähm. Was? Ich bin immer überrascht, wenn ihr was erratet, was ich male. Was? Ich bin immer überrascht. Wannってる? Daumen runter. Hör! 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 Guck mal. Hör! 潘! Hör! Oh! Hör! 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 Und dann... Wenn der jetzt wieder Obama ist. Nee, der ist doch braun. Entschuldigung, der ist doch afroamerikanisch. Gürmende? Was ist denn mit dem Gürmende? Gürmende? Ich brauche noch einen Buchstaben. Gib mir jetzt nicht den vorletzten, bitte. Nee, das hilft mir überhaupt nicht. Hä? Hör doch auf, sowieso... Oh Gott. Man kriegt die Eins schon mit 92 Prozent. Die Prüfung wird schreiben. Ach was? Das ist ne dumme Klasse, bei dem muss man das runtersetzen. Ganz klar. Musste man bei uns auch mal. In Französisch. Nein! Ja! 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 Wer möchte denn zuerst abmoderieren? Bitte töte das Pferd! Was? Ja! Danke fürs Mitmachen! Danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Euer Anondi! Tschüssle! So! Ich hab abmoderiert! Ihr seid dran! Ja! Sparex? Ist sein Mikrofon tot? Der hat das Formel-1-Spiel wieder gemacht. Dann mach ich das für ihn! Tudeloo! Nee, äh... Kieselchen, für deinen Kanal! Mo, drehst du auch noch ab? Oder soll ich das wieder für dich machen? Mach, 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 mach! Kannst du gut... Äh... Es freut mich, dass ihr es... Äh... Trotz der anderen drei mit mir hier so lange ausgehalten habt... Zu diesem Video... Bis zum Ende des Videos! Huh! Und wie immer verbleibe ich hochachtungsvoll... Euer Kieselchen! Awww! Ein Traum, oder? Eigentlich schon, aber eure Kieselchen! Na, 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 ja! Gut! Und dann sag ich noch bis neulich! Und wir haben Spare-Rigs verbummelt! Oder kaputt gemacht! Oder kaputt gemacht!